herzlich willkommen zu einer neuen folge aus einem luxus darf ich weiß nicht ob ich schon mal so ein hübschen also so einen schönen darf gefahren bin von innen von außen sieht aber auch ziemlich gut aus es ist nur noch dunkel deswegen zeige ich es nicht und ja wie kam das ganze jetzt zustande fragt ihr euch ich komme ja mit meinem fahrzeug mit meinem eigenen immer noch nicht so richtig weiter da gibt es probleme über probleme und es macht auch kein spaß mehr langsam da ich aber trotzdem ein wenig geld brauche weil ich den staat nicht auf der tasche liegen möchte muss ich ja irgendwie was machen zum geld verdienen und deswegen fahre ich jetzt gerade immer noch aushilfe ja genau auf jeden fall hier das ist der wagen ich habe noch mal die zuschauer gegrüßt von mir der sohn von einem selbstfahrenden unternehmer ist ja und das hier ist sein papa sozusagen der hat irgendwie gerade probleme mit seinem fahrer der ist krank geworden und fällt aus und dann habe ich gesagt naja ich kann schon fahren das ganze ist jetzt hier für bauder ich weiß auch nicht ob das jetzt fernverkehrs oder nahverkehr des bestellt sich alles noch raus aber ja was mir gerade aufgefallen ist normal ich dachte das hat er darf immer aber scheinbar hat er das gar nicht immer ja hier sind bei borchers hatte ich ja immer hier diese steckdosen da einmal usb anschluss und da einmal usb zum laden hat er hier gar nicht es ist alles wieder variiert alles immer dann hast du hier den tollen teuren in raum kostet anscheinend 4.500 euro extra oder fünfeinhalb die nur die sitze und dieses holz hier und so was ja wirklich ganz gut aussieht muss man sagen aber dass die stecker da nicht wieder also ja ich muss jetzt nach völklingen ich glaube da war ich auch schon mal bei mit borchers bei der firma ja völklingen ist ja so wie england also sowie england fahren nicht ganz so aber fast nur so kurz vor england dann rechts weg nach völklingen ich sollte eigentlich ja also richtig hänger zu fahren mit stapler hinten dran wenn ich das gewollt hätte also so richtig im nahverkehr aber das hat jetzt leider doch nicht geklappt weil den hängerzug jetzt doch nie selber fahren wollte so hat es richtig verstanden habe deswegen fahre ich jetzt hier mit dem sattel und bei dem sattel ist halt so da ist mal so mal so also mal fährt verkehr mal a verkehr ich bin gerade hier einmal dran vorbeigefahren so blöd und da konnte ich nicht mal paar meter zurück weil hier so ein verkehr ist das ist nämlich da das letzte mal hier mit meinem volvo habe jetzt die rückladeadresse schon mal eingegeben das nur 15 minuten von mir und das soll jetzt eigentlich auch relativ schnell gehen mit dem entladen hier ist ja nur palettenware und dann geht es gleich weiter ja zack zack eine stunde später näher oder sagen wir mal anderthalb also diese bedienung ist auch bisher egal ich weiß nicht wie ich jetzt mit der kamera hier machen soll die hatte ich ja letzt in der letzten folge nicht da also konnte ich hatte ich diesen halter nicht dabei jetzt weiß ich aber auch nicht wie ich den hier festmachen gut okay stimmt wenn ich das bett runter lassen und unten dann geht es aber das mache ich jetzt gleich erstmal jetzt vielleicht noch die toiletten holen und dann fahren wir wieder nach stugit zurück die letzte woche bin ich ja den 460er 105er daff gefahren also der unterschied von der leistung ist doch spürbar also auch im vergleich zu den 480ern der zieht schon deutlich besser man hat ja auch 50 ps mehr ich weiß jetzt gar nicht wie es mit dem drehmoment aussieht aber da wird er sicherlich auch ein paar 100 200 meter mehr haben hier ist ein treiben privatleute lkw stapler keine ahnung aber ich habe es mich jetzt ich habe mich jetzt anmelden können habe es hingekriegt ich muss aber noch mal rausfahren weil ich muss da hinten rechts aber da komme ich nicht rum weil da rechts rum das wird wird schwierig ich habe mich jetzt hier richtig ein abgemüht ich habe mir jetzt hier richtig ein abgemüht mein deutsch war immer besser ja jetzt kommt wohl einer in 15 minuten die haben gesagt geh nach hinten geh zu dem kollegen der hinten ist und jeder kollege der hinten war war nicht der kollege der hinten ist verstehen sie ja aber jetzt hat irgendeiner hat telefoniert hat sich erbarmt und telefoniert jetzt klappt es das dauert echt ewig hier ich stehe schon jetzt ja gut ich habe auf arbeitszeit gestellt das kann ich wieder weg machen 20 minuten arbeitszeit und ich habe aber auch schon eine dreiviertel stunde pause hier drin gehabt woher nichts ging eine stunde für die paar paletten ist katastrophe unschlagbaren zwei stunden oder zweieinhalb mach ich mich jetzt mal auf weg nach stuttgart 15.30 bin ich unten mal gucken was jetzt noch auf mich zukommt kann sein ich kann da nach hause kann sein ich fahre einfach weg weiß ich nicht weiß ich nicht ob fern oder nah ich hoffe mal die kameraposition geht alter was hat der denn oh Junge das wird doch nichts alter Junge habt ihr das gesehen alter was für ein Schwachkopf hier war ja so ich habe extra so eine riesen Lücke was für ein Volltrottel naja egal ein wunder dass das jetzt gerade nicht gescheppert hat ich habe ja gedacht das lang niemals naja ich bin jetzt hier ihr seht in Stau so richtig rund laufen will es heute nicht ja im Haupt 15 minuten Verzögerung ungefähr nachdem ich da oben ja schon Sache die man auch in 10 minuten hätte erledigen können in zweieinhalb stunden erledigt habe ja und jetzt ist sie auf der W10 Stau und das ist eine Sache die funktioniert irgendwie überhaupt nicht ich habe ja da so nachgerüsteten Todwinkel Assistent hier drin aber ich bin absolut nicht begeistert der war ja schon im Iveco war ja schon so naja hat immer falsch gepiepst aber der hier ist noch schlechter als der im Iveco also der piepst wegen allem ihr habt ja gerade mit ich habe nicht mal was gemacht und der warnt mich hier und das Problem ja bei diesen Sachen ist halt irgendwann ne irgendwann sind dir diese Warnungen egal und dann achtest du da auch nicht mehr drauf ich kenne es ja beim DAF da wo ich mit der Lichtmaschine wo mir die Lichtmaschine kaputt gegangen ist vor zwei Jahren oder wann das war mit dem 105er DAF ne der bimmelt und dudelt dich ständig irgendwelche Fehlermeldungen Fehler und dann kommt mal wirklich was und dann sagst du so egal egal da ist ja nichts und dann ist eben mal doch was bei sowas halte ich immer Abstand und gucke in Rückspiegel was da so passiert und was da so angeflogen kommt weil das hier war jetzt auch relativ plötzlich und der Abstand hier der kann einem halt echtes Leben retten wenn da jetzt einer mit Vollgas hinten drauf donnert habe ich erst wieder ein Video gesehen wo einem einer wirklich also der Stand so mit ungefähr so einem Abstand wie hier und dann ist dem einer wirklich ungebremst hinten drauf gedonnert jetzt bin ich aber gespannt da ist Polizei und hier ist ja eigentlich LKW Überholverbot jetzt bin ich gespannt ob sie sich den cachen oder nicht ja vielleicht vielleicht ich weiß es nicht auf jeden Fall ist ihm der eine der Typ da hinten drauf gerast alter und das Ding der LKW der Stadt hat so weg katapultiert und obwohl der 30 Meter Platz gelassen hat ist er noch vorne auf den Vordermann drauf geflogen so mehr oder weniger ja long time ago I can still remember nein Spaß aber das ist wirklich lang her warum war ich das letzte Mal beim Bau da alter letztes Mal mit Borchers glaube ich was wird da jetzt schönes gebaut machen die den Park was größer das wäre wirklich schön das wäre mal was aber ich glaube nicht ach die reißen da sogar ab was ist der hier ist ja richtig was los der ist ja richtig was los ich werde wahnsinnig die Einfahrt hier haben sie auch neu gemacht alter 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 das geht es doch gar nicht und es ist nichts los also dürfte es könnte es eventuell heute schnell gehen mal gucken ich weiß ja noch nicht mal wo ich jetzt wo ich jetzt muss soll ich mal langsam machen langsam mit den jungen Pferden und irgendwie so normales Loch was halt echt ein Nachteil ist dass ich nichts zum Essen dabei habe gar nichts ich habe so einen Hunger das ist nicht so normal das ist ja 8 Kilometer Platz hier ich habe jetzt abgeladen ich habe jetzt abgeladen ey abgeladen ey ich bin schon komplett verrückt wie ein Bus ey ich habe natürlich geladen geladen bei der Firma Bauder ihr kennt es ja eine Stunde hat es gedauert jetzt ist es Viertel nach fünf ich fahre jetzt aber doch nicht heim also ich könnte ich könnte aber es hat halt keinen Wert also ich brauche jetzt eine Dreiviertelstunde bis zu meinem Pkw dann noch eine halbe Stunde nach Hause dann wäre ich ungefähr um 18.30 Uhr oder so zu Hause und ich muss ja dann morgen wieder um 5 Uhr los ja das heißt um 4 Uhr aufstehen dass ich um 5 Uhr am Pkw bin mit einer halben Stunde anzufahren jetzt fahre ich lieber Richtung Nürnberg entspannt kann morgen dann schön ausschlafen bis um 6.30 Uhr oder so 6.30 Uhr vielleicht sogar 7 Uhr mal gucken soll dass ich um 8 Uhr in Nürnberg bin dann lade ich da morgen früh aus in Nürnberg lade direkt in Nürnberg wieder für den Bauder und dann bin ich morgen Vormittag wieder hier und wenn ich dann eine gute Tour kriege dann kann ich nämlich morgen nach Hause und dann lohnt es sich auch ja also wenn die Tour passt dann kann ich immer nach Hause fahren beziehungsweise auch naja wenn es ein bisschen Umweg ist geht es auch aber Nürnberg jetzt wenn man nach Nürnberg muss dann erst nach Tübingen fahren ist halt schon ein bisschen Umweg und da vorne ist jetzt gleich Lidl oder Aldi hier links da kaufe ich jetzt noch ein dann wäre das auch mal erledigt und dann kann ich da in Ruhe heute Abend noch schön verspunnen ich kann auch auf den Autohof fahren wenn ich das will zahlt sogar der Chef das passt also alles ich habe hier gepennt auf dem Autohof in Aurach bis jetzt ist es relativ gut ich gucke mir jetzt mal die Duschen an gestern stand hier einer mit so einem richtig schönen Volvo schön Alufelgen am Kühler alles richtig schickimicki und dann laufe ich hier gestern Abend rum und dann hat der einfach gegen seine Alufelgen gepisst also ich äh ich zeige euch ach ekelhaft echt wirklich eklig ich habe mir jetzt hier ein Märkchen geholt gucken wir mal die Duschen waren okay ich habe jetzt 12 Euro bezahlt fürs Parken aber 7 Euro also eigentlich 5 Euro habe ich bezahlt fürs Parken 7 Euro verzehr da habe ich so einen Kaffee bekommen hier und so ein Brötchen also das ist vollkommen in Ordnung äh ja jetzt gucke ich mal ob ich schon losfahren sollte oder nicht also das ich habe heute mehr als genug Zeit aber ja ja zeige ich her muss ich das irgendwie logistisch lösen hier ob das alles geklappt hat mit dem bezahlen ist ja auch eine Schranke ne kann ja die gehen ja bei mir gehen ja so Schranken gerne mal nicht auf man kennt es aber das hat funktioniert ich bin jetzt um kurz vor acht ja sagen wir mal genau um acht bei Nürnberg in Nürnberg und ähm ja ich lade ja da aus und lade da direkt wieder und dann fahre ich wieder zweieinhalb Stunden runter und dann gucken wir mal wenn sie mich jetzt in die richtige in Anführungszeichen Richtung schicken danach dann bin ich dann heute so relativ früh zu Hause ich weiß es halt nicht also das ist halt ein bisschen ein Nachteil hier dass man es halt nicht in also das ist weder der Simon hier der Chef noch ich in der Hand habe da ist eine Baustelle oder wie ist das hier gerade jetzt ist natürlich nur die Frage fahre ich nochmal ganz hoch aber ja fahre ich und le fahre ich fahre ich so gucken wir mal ob das hier funktioniert also hier ist es nicht jetzt fahre ich wieder raus ja das hier so funktioniert so aber ja die große frage ist immer noch wo ist der wahre eingang weil es ist ja auch nicht der wahre ich checks nicht es ist gar nicht der kunde alter wie dumm der heißt dachdecker einkauf süd eg und ich dachte das ist abgekürzt mit dg und dg ist aber deutsche elektrogruppe und nicht dachdecker einkauf eg exkursion hier habe ich jetzt endlich gefunden jetzt suche ich hier gerade mal irgendwo ein platz um ich drehen kann ich das noch nicht so ganz gecheckt habe wie das da bei denen funktioniert kann man da gescheit drehen und wenden und keine ahnung was alles ist alles eine katastrophe gerade ein bisschen und vor allem der hof ist auch brutal eng von denen keine ahnung ob man da dann auf der straße ablädt oder ob ich da kann ich reinfahren soll oder weiß dann gucken was aber der weiß ist kann ja stehen das ist der da sind die also jetzt mal gucken es kann jetzt sein dass ich hier nicht reinkommen weil ich jetzt von der falschen seite da muss ich wieder drehen aber wir werden es jetzt einfach mal probieren aber ich schaffe ich nicht von der seite muss ich erst kurz drehen beziehungsweise hier und dann kurz rückwärts fahren so verdammt denken aber hier habe ich halt mehr platz da kann ich halt jetzt gerade noch mal gerade beziehen aber da werde ich andersrum nicht angekommen keine chance ist ja jetzt schon grenzwertig gut geschafft ja so gestern gestern habe ich gebraucht für 300 paletten 11 140 paletten drei stunden heute habe ich gebraucht für für 300 paletten nicht mal eine stunde gerade eine stunde ich bin jetzt beim bau da und darf warten natürlich ich habe aber gestern war ich schlau beim aldi mit diese dinger gekauft ist von so einer metzgerei die gibt es aber auch nur in baden württemberg glaube ich die teile das habe ich ganz geschickt weil nämlich ich habe hier oben ich weiß nicht ob ich es schon mal gezeigt habe oder schon gezeigt habe ich eine mikrowelle haha und jetzt kann ich schön die dinger hier rein das ding hier rein das vom schmelz leer aus reutlingen sind die glaube ich es echt gut wenn ihr mal bei all die seit hier dass die haben immer richtig gutes essen gibt es auch vegetarisch und auch ohne keine ahnung was und was ihr wollt haben immer verschiedene varianten zur auswahl das mache ich da mal schön löcher rein und dann gibt es lecker wieder gegessen ich habe fertig geladen ich war wieder ins saarland ihr wisst ja wo jeder mit jedem verwandt ist und so jetzt gleich wieder die salve ja aber das ist schön also ich muss wieder zu dem grücken wo ich am montag war und dann habe ich aber noch zwei andere abladestellen davor in dan und in nach st ingwert das seht ihr aber dann in der nächsten folge ich mache jetzt nämlich einfach ganz ganz frech mache ich zwei folgen daraus ja und ja ich wünsche euch was macht's gut haut rein ein bisschen ein däumchen wäre ein träumchen und bis zur nächsten folge die dann demnächst kommt überlegt euch mit dem mit dem job angebot wie gesagt das ist hier offen kommt ja noch eine folge könnt ihr euch auch noch mal reinziehen ich habe jetzt geladen und zwar für das saarland mal wieder also einmal der kunde und der montag war gott sei dank ich muss nichts zurücknehmen also ich war hinfahre wieder zurück er muss keine paletten wohl nichts ja danke 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 drei kreuze nicht noch mal dahin bitte nicht und ja das seht ihr aber in der nächsten folge also ich muss nach dann sagen und letztlich ist der kunde vor montag in völklingen und ja dann wieder leer zurück das ist aber in der nächsten folge gibt es das zu sehen dann ja sehen wir uns am sonntag wir müssen jetzt dann wieder kommen zur nächsten folge hier aus dem luxus-stuff macht's gut haut rein und bis demnächst ach so ja klar ein Dolmchen wäre ein Dolmchen und ein Dolmchen und ein Dolmchen und ein Dolmchen das ist so dass